Hier hinter ist anscheinend nix. Ui! Okay, hier kriegen wir auch den Sack. Wir haben hier einen Tieren. Wie ist dein St. Kampfer? Was ist ein St. Kampfer ohne St. Kampfer? Ja, da haben wir passiert. Das ist... nicht so toll guter Mann wie viele Erscheinungen sind hier guten Abend seid gegrüßt guter Mann guter Mann guter Mann guter Mann was ist denn hier los oh da ist ein dicker ok jetzt der Ja, gut nacht. Level up. Level up, up, level up. Jawohl. Definitiv auf Leben. Ach, halt, ich wollte dir. Ach, nee, jetzt ist egal. Leben ist immer gut. Und... 24, wir sind jetzt 22, ne? Ja, 2 Level noch. Ja, ich müsste eigentlich die 2 Level machen. Wichtig, wichtig. Ja. Mal schauen. Das war's für heute. Oh, hier ist noch ein dicker. Was ist mit D? Die sind vollständig unterlegt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind ja die Tomb-Runs. Normalerweise macht man bis 15 dann die Triss-Runs und dann kommen hier die Tomb-Runs. Was? Ich krieg gut Punkte, ja. Besonders, weil ich auf Player 3 gespielt habe. Nur leider habe ich jetzt hier nicht Helden, die noch mehr Schaden rausreißen. Aber macht nicht. Ich krieg's rein. Ich muss nur halten. Nur halten, dann geht's. Treff ich nicht? Was ist denn da? Ist die Tür zu oder? Hä? Und das denn? Ich krieg's hin. Oh... 3, 4, oh, 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 oh. Das, äh. Da wollen wir mal schnell weg. Danke. Ich kann nicht noch mehr tragen. Jetzt habe ich. Ich bin überladen. Oh, 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 das sind richtig viele, ne? Ich brauche Leben. Das ist, äh... Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Das war hier falsch. Die saugen ja eh Mana am Treffer, dann kann ich auch gleich Mana benutzen. Was ist denn das? Das war jetzt alles gekostet, was ich hatte. Erhöhten Schaden, ja alles gut. Erhöhten Schaden, verdammt Schaden, verdammt Schaden. Ne, das ist gar nicht gut. Hier müssen wir raus. Seid gegrüßt. Guten Tag. Guten Tag. Hallo.